Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krips, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Spargen sind mein Befehl zu in der Seite! Oh, weit ist das einfach gekommen! Der Minister hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederflüssiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ist das Feiglinge, verreichter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinderleiter des der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang hat das Militärmler Aktionen nur verhindert! Es hat mich gegen nur 60... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahre alle Höheroffiziere nicht mit dir zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aufs Mischte steigt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Und die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Lohn Sie, was Sie wollen!